Jetzt will ich es glaube ich mal waschen. Ha, genius. Du siehst Holländer, dem süßen Harpe. Im ME-Haus kannst du es auch aufladen. In welchem ME-Haus? Ach du meinst da wo der ME-Terminal steht? Genau. Hab gebaut, Terminal. Wurmi-Line ist jetzt kein vorgefertigtes Modpack, sondern selbst zusammengestelltes. Das ist halt das so, wir haben jetzt Bock auf das, dies, das, jenes. Momentan ist es auch nur so, dass auf dem Server eins von uns was verändert wird. Mach mal andere Musik an. Da guck, wer auch immer es nimmt. Da hab ich ja gar nicht hingerannt. Ja, Terminal gebaut. Das wäre jetzt wieder ein Rezept gewesen, wo Hose wieder heult. So umständlich, so nervig. War es auch. Wo hast du ein Terminal gebaut? Ich hab das Wildes Terminal gebaut. Könntchen hat jetzt eins, also du kannst es behalten. Ach, das hat er mir seins geliehen. Ja. Hat er doch geschrieben. Hat er? Wo hat er das denn geschrieben? Irgendwo im Chat mal. Ria, brauchst nicht bauen, ich leih ihm meins so lange. Du liest auch nur die Hälfte, wa? Ja, ich hab hier Hallo, ich hab hier Chatfenster 1, 2 und dann noch das Ingame Chatfenster. Das war ja Ingame. Wer liest denn auch Ingame den Chat? Mega langweilig. Und ich glaub, Hörnchen ist grad mega damit beschäftigt, mir meine Werkzeuge zu basteln. Ja. Und ich fühl mich hier grad wie beim Arzt im Wartezimmer und musste die ganze Zeit warten. Und neben mir steht so eine kranke Frau, die bestimmt ansteckend ist. Kennt ihr das auch, wenn ihr im Wartezimmer steht oder sitzt? Dass ihr in der Möglichkeit niemanden doof angucken wollt und auch immer wenn einer anfängt zu hustet, immer grundsätzlich den Kopf wegdreht. Haffe? Hm? Hm, wuhm, 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 wuhm. Was ist das für ein Zeug? Raw rubber. Ich kotze Gummi. Rrrm, 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 rrrm. Na toll. Hab was damit getan. Du hast mit schön Fleisch. Du hast damit angefangen. Was ich eigentlich haben wollte. Hier guck mal, Hörnchenreis Achievement Pro Tinkerer. Was hab ich da denn jetzt bekommen? Was ist das denn? Ich hatte aber am letzten Mal das Devil in Mud benutzt. Das ist wirklich schmutzig, das Ding. Och, dieses Sound von diesem Mud-Hack. Das Ding hat er benannt. Das Ding heißt jetzt das für Erde. Ja, die kannst du beim Reparieren, du willst auch umbenennen. Ist so geil. Mal kurz, mal ausprobieren. Ja, das ist tatsächlich das für Erde. Moment, ich mach's wieder zu. Eine Sorge. Butterblack sollte den Effekt bringen, den ich eigentlich hatte. Aber guck mal, meine... Ah! Ja siehst du, du bist schuld. Meine Schaufel kann das nämlich auch so wieder hinstellen. Rann! Ich werde boykottiert! Ich kann da gar nicht drüber laufen. Hast du da was kaputt gemacht? Nein. Ich kann da nicht... Ich glaub da hängen. So. Ich hab da so'n kleinen Glitch. Es klitscht. Es klitscht. Kann sein. Weil du wieder was unsichtbares dahin getan hast. Nein, hab ich nicht. Jetzt kann ich da lang laufen. So, wünschst du mir Glück? Viel Glück! Viel Glück! Ich fang jetzt mit dem... Ups. Waschen an. Wollte ich jetzt nicht meine Finger waschen. Also auf jeden Fall muss ich noch korrigieren. Letztes Mal habe ich ja erzählt, dass man das nur... Dass man dieses... Wie nennt man dieses Wasserbad? Äh, nicht das Wasserbad, sondern dieses... Wo du die Farbe drauf gemacht hast. Ja. Diese Box mit der Farbe? Nasspalette? Genau. Aber hier noch erzählt, ich würde es nur mit Krepp machen. Ich habe es natürlich mit einem Butterbrotpapier gemacht und darunter Krepp feucht reingelegt. Ausweisstuch reicht. Da haut er ab. Okay, er hat mir nur das für, für, für Dingenskirchen gebastelt. Aber das sollte als Erde zum Begradigen da oben erstmal so ein bisschen ausreichen. Ich bin gerade still, ich habe von jemandem ein Bild bekommen. Das ist schön. Wir haben uns gegenseitig was gezeichnet, so zu sagen. Ne, Hauptsache es sind Facepacks und keine Bilder von Genitalien oder so. Äh, was hängst du von uns? Ich glaube, dann hätte Servetan noch mehr Leute auf als eine, dass du die abknallst. Vielleicht steht Servetan da ja auch drauf. Weiß man. Das ist dann aber Servetan-Frei. Also Matthias, oder warte. Mach mal ganz anders. Ich habe das doch hier sogar noch drin. Mach mal eine Fensteraufnahme. Eigenschaften. Oh ja, das geht schon sehr viel schneller so. Ich erinnere mich aber dunkel, wenn man es von der Seite macht. Es geht um dieses Bild. Das habe ich bekommen. Äh. Ich sehe natürlich nur meine Zuschauer. Ich habe so wenig Monitor um mir das anzugucken. Ich kann natürlich auch jetzt das Bild öffnen, das ich heute gezeichnet habe. Ich muss es nur suchen. Also, dass das sozusagen dagegen getauscht worden ist. Äh, da ist es. Ach, jetzt muss ich das Fenster noch mal extra aussuchen. Äh. Ich glaube, ich muss hier gleich mal die Bäume reparieren. Ha, so. Beben hier so ein bisschen in der Luft rum, das ist irgendwie uncool. Aber ich glaube, das ist das falsche Holz, oder? Ja. Und schon wieder dunkel? Nein. Hast du irgendwie so eine dezente Angst verdunkel? Ja. Na gut, bei dem musst du hier so rumlaufen. Ja, schon so. Und der schlimmste ist mir am TS mit dabei. Ich habe gesagt, er ist ja nicht die. Wenn ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen sexist durch. Wieso das denn? Was haben wir schlecht festmachen? Quatsch. Tief gekränkt habe. Tief gekränkt. No. Doch, es wird aber schon wieder dunkel. Was habe ich heute eigentlich vollbracht? Nicht wirklich viel. Doch, ich habe einen Terminal gebaut. Yay. Ich kann nicht schlafen. Ich darf nicht schlafen. Warum nicht? Weil es noch nicht nacht genug ist. Wollen wir mal meinen Schlafplatz hier fertig? Ja, kein Sleep on the Night. Lalalala. Ja, so nicht nacht. So nicht so. Ja, mir will ja keiner. Weiß ich nicht. Jetzt gehts. Mal so nachtlich dahin, so. Jetzt müsste eigentlich bald Sturi wiederkommen. Hier auf dem Server? Ne, im Stream, sie hat gesagt, es kommt in einer Stunde wieder. Mal schauen, ob sie auch wirklich herkommt. Ich habe doch gerade Holz eingesammelt. Was für irgendwas machst du da gerade eigentlich? Das Bruce Wood? Das ist tatsächlich Bruce Wood. Ja, das ist ja jede Menge. So, erstmal hier die Bäume reparieren. Wir sind hier nicht weit weg von dem Häuschen, was ich gebaut habe, ne? Ah! Was? Hörnchen! Hörnchen! Was macht er denn? Er hat vergessen, das NEI umzustellen. Hörnchen macht alles kaputt. Ja, du kennst es doch mit dem NEI, also mit dem Rezeptmodus und dem Cheatmodus und bei ihm, glaube ich, resettet sich das immer. Ja. So, dann machen wir das hier noch weg. Und dann habe ich eine relativ dünke Fläche erstmal zum Bauen. Wobei, das hier könnte man sogar noch fast erstmal lassen. Ja, lass erstmal. Wollen wir ja nachher noch schauen. Ich habe auch einiges gelassen. Komm, ich will dir ja diese Schränke zeigen, die man machen kann. Also ich mache mir erstmal einen Waypoint hier. Ja, mach das. Abes, baum. Niveau, Milan, er hat es wieder weg gemacht. Du fühlst mich doch jetzt bestimmt in irgend so ein Gebiet, wo alles nur so... Ne, es geht eigentlich. Ich muss jetzt mich da gerade nur selber eine Karte schnell aufmachen. Wo sind wir? Ah ja. Weg stimmt. Boah, ist das hier dunkel. Ja, viele Bäume. Abharte, ich kann es ganz ehrlich ernten. Musst du nur auf den Ficht treten. Bist hochgekommen? Ja. Mhm. Ich komme immer hoch. Mit der richtigen Pille immer. No. Das ist mein Waldhaus. Ich mache mal gerade die Flugdrohne und gucke mir das an. Das ist natürlich Finger weg mit der Lumber X, ne? Das sieht geil aus. Rechte Hand, Küche, Wohnküche. Ich gehe mal raus, damit ich nicht im Weg stehe. Pauline, das ist in diesem Addon... Also in diesem... Es gibt einfach Kühlschränke und so. Ja, man kann sie sogar öffnen. Wie, man kann sie öffnen? Na, klick mal den Schrank an. Geht auch die Tür auf oder klingt das nur so? Ich glaube, das klingt nur so. Klack, 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 klack. Ach du hörst du drauf? Äh, in dem Herd kann man auch was machen, ne? Ähm... Ich habe in meinem anderen... in dem runden Haus, wenn du da ein Stockwerk hochgehst, da ist sogar eine Waschmaschine drin, kann man auch irgendwas mitmachen. Was darfst denn hier? Ein Ofen? Mhm. Ich... Aber da kann man nur Essen drauf machen, oder? Äh... Keine Ahnung, was man da mitmachen kann. Das habe ich noch nicht so ganz... Oh, guck mal an die Fenster. Das ist auch aus dem Mod. Diese, diese... Wie sagt man dazu? Alusin. Genau. Die sind cool, ne? Sind die jetzt auf oder zu? Aber hier stimmt was nicht mit dem Glas. Guck mal. Oder ist das irgendwie... Auf der Seite. Ah... So... Ist das jetzt alles umgesetzt? Das hat eigentlich alles gepasst. Ich weiß nicht, was mit dem Glas ist. Das Glas da. Das eine Glas da. Hinter der Jalousie. Da stimmt das irgendwie komisch aus. Ja. Ich dachte, ich hätte es ausgebessert. Aber trotzdem stimmt irgendwas mit den Fensterscheiben nicht so ganz... Das ist ja seltsam. Das hier. Ein Knobbel. Ich sag mir mal so ein paar Sachen nach. Ich scheitere schon wieder so kack, jump and run. Keiß. Ach man. Warum willst du dahinter? Ach, jetzt hat geklappt. Weil ich das gucken wollte, wie das hier aufgebaut ist. Ach so. Ja. Aha. Aha. Boah, das ist ja schon so Vermischung von modernem Zeugs mit äh, alten Zeugs, ne? Ja, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es bei dir Modpack aussieht, ne? Das sind halt Standardblöcke, ne? Aber ja, gut, die Einrichtung ist halt Teilmod... schon moderner, aber ja. Ich wollte halt diese, diesen, diesen Möbelmod da ausprobieren. Aber guck mal, guck mal. He-Man! Wollen wir noch umschalten? Ja. Aber das Bild ist nicht richtig stabil. Dann lieber He-Man. Moment. Dann Bollblock drin? Ne, das ist ein Gegenstand. Oh, das Geräusch! Ich glaub, damit könnte man auch Musik machen. Warst du schon im Schloss? Ne, warst du nicht. Was ist, kann man sich da drauf... das ist halt Sache, da kann man sich draufsetzen? Naja. Trimma? Sieht süß aus. Haha, die Hände wackelt! Da-da-da-da-da! Ähm, nein, das ist der Crayfish-Mod. Warte, Moment mal. Äh... Wollen wir die Chalosien auch so bauen, dass die bis unten gehen? Äh, nee, aber man kann Vorhänge bauen, aber die sind auch nur so halbgroß. Aber es gibt, es gibt einen Vorhang, der ist eine Tür. Kann ich, kannst du dir in meinem Haus angucken. Da können wir jetzt... Ich habe auch ein Radio drin, der spielt dann sogar Musik. Was die Leute alle mit dem Spiel gemacht haben. Abgefahren. Gut. Du hast nichts gesehen. War ja nur ne Fackel. Ja, das einzige ist, diese Lampen aus dem Mod, die leuchten nicht. Deswegen habe ich überall so kleine Clawstone-Ecken. Damit kann man jemanden ganz schön auf den Keks gehen. Vor allen Dingen, man kann sich da so Lampen... Ich glaube, das sind gar keine, doch... Sailing Light. Aber ich glaube, damit musst du irgendwas machen, dass die angehen. Ja, das habe ich... Oh! Man kann sich das anklicken. Darauf bin ich noch nicht gekommen. Ist ja geil. Geht das damit denen auch? Man kann hier alles rechts anklicken. Warte mal, wenn man nicht rechts anklickt, was passiert dann? Ah! Entweder diese Lampe geht, wenn sie... Die Lampe geht, wenn sie neben einem Bedside-Kabinett ist. Was auch immer das ist. Ah! Du musst dann da drauf. Geht hier jetzt nicht. Oder powered über Redstone. Ja, okay. Dann kannst du die anmachen. Jetzt. Oh, das sieht geil aus. Da muss ich ein Screenshot jetzt von dir machen. Bleib mal da hocken. Mit den Hörnchen. Ich will keine Hausaufgaben machen. Ich will Skyrim spielen. Genau. Hast du ein Screenshot gemacht? Ja. Vielleicht mal nach Twitter hauen. Ah! Ich meine, brauche sie gerade nicht offen. Später.